Man kann dann hier diesen Bogen erkennen, der Wirbelsäule, und am Umkehrpunkt nehmen wir hier die Deckplatte, roter Strich, und hier die Bodenplatte, roter Strich, und dann kann man diesen Winkel hier bestimmen. Und das ist jetzt 51 Grad und vor 17 Jahren war das 60 Grad. Die Skoliose ist ein relativ häufiges Krankheitsbild. Es betrifft einige Prozent, meistens junge Mädchen. Und es ist ganz unterschiedlich in der Ausprägung. Man sieht es ja auch optisch, das hat mich schon sehr gestört in dieser Phase. Und dann hat man mir ja auch schon bald gesagt, ich müsse das eigentlich operieren, also die ganze Wirbelsäule versteifen, und das hat mir auch Angst gemacht. Wie viel Grad hatte da die Skoliose? 60 Grad. 60 Grad. Und heute? 51. Wir wollen uns die 51 Grad anschauen.